Scheiße, da war die Stange dazwischen. Jetzt ist er weg. Noch einer. Und der letzte. Ich bin nicht einmal gestorben, habe 123 mal gekillt. Ich würde sagen, wir spielen einfach nochmal. Und zwar jetzt. Das ist jetzt halt Teil 1 gewesen. Und Teil 2 ist jetzt eben dann... Also da halte ich mich jetzt vom Hubschrauber fern. Weil es gibt auch nur 300 Tickets. Also vielleicht kriegen wir die Runde jetzt noch schneller durch. Das werden wir jetzt dann sehen. Doch, eigentlich bloß ein Auto. Ich will jetzt wieder Infanterist mehr sein. Wir hatten in letzter Zeit wieder öfters so Fahrzeugmaps. Und deswegen will ich jetzt zusehen, dass wir mal wieder auf altbekannte Kriegsführung zurückgreifen. Ja, ja. So, dann kann ich meine Waffen mal ordentlich einstellen. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ah, das schaffe ich. Ah ja, das war eine Kamikaze-Aktion. Egal, nächstes Fahrzeug. Und läuft. Komm, verpiss dich. Oh shit, jetzt haben die das gerade eben eingenommen. Oh, scheiße. Vielleicht doch wieder Hubschrauber fliegen. Was war jetzt das? Da fliegt mir jetzt wieder alles um die Ohren. Oh shit, shit. So, dann probiere ich jetzt als Scharfschütze weiter. Ja, toll. Jetzt sind aber alle Fahrzeuge weg. Ganz klasse. Jetzt muss ich aber auch noch was anderes mal kurz machen. Und da weit. Da ist der verdammte Hubschrauber. Boah, leckt mich am Arsch. Jetzt bin ich gefickt. Weg hier. Boah. Und jetzt? Jetzt? Scheiße, da geht der Körperschuss wieder nicht. Ah, der ist weg. Scheiße, jetzt ist der Panzer wieder da. Mann. Oh. Ja, das war die Pumpgun von dem. Alter. Komm, hilf mir nochmal. Dieses Mal mache ich es richtig. Ah, komm nochmal her. Ja. Dieses Mal wird es nix mehr. So, dabei Abfahrt. Heute wird es halt ein bisschen spannender. Aber nicht unbedingt langweilig. Voll von der Seite in die Birne geballert. So, und jetzt? Was ist der jetzt abgeknallt worden? So, jetzt haben wir das eingenommen. Es darf nur hier keiner mehr rankommen. Und schon dort sitzt ein Panzer drin. Und schon nicht mehr. Oh, wo kam denn das jetzt her? Und du hast keine Chance. Haha, machst Abflug, ja? Keine Chance. Ja, der ist abgesprungen. Scheiß auf den Panzer jetzt. Geh doch weg. Jetzt ist doch da einer abgesprungen. Aus dem Helikopter, oder nicht? Der rett doch da jetzt. Da ist er. Jetzt nicht mehr. Von wo aus kann ich jetzt ordentlich sniperen? Von da oben. Von da oben. Gut. Scheiße. Aber das machen wir anders. Und hier nochmal. Sollte jetzt keiner mehr da durchschaffen. Die kommen jetzt von da hinten. Das haben wir auch noch nicht erlebt. Und jetzt da hoch. Da ist sogar... Da ist sogar ein MG dran. Aber das ist ja mal geil. Ich habe halt keine Munition mehr, ne? Ihr macht das schon, denke ich mal. Also, von hier oben aus kann ich jetzt richtig die Sau rauslassen. Oh, das hat der versucht, auf mich da zu schießen. Der versucht es auch. Ach so. Ach so. Scheiße, die sind schon wieder da, die Affen. Na? Wenn ich den Fahrer treffe. Jawohl. Jetzt steigt der ständig ein und aus. Was soll denn das? Boah, was war das jetzt? Mit dem Helikopter da? So, jetzt wird es interessant. Da kommt der nächste, pass auf. Weg ist er. Das sind doch Franzosen, oder? Und sie fallen wie die Fliegen. Willst du dich mit mir anlegen, oder was? Willst du dich mit mir anlegen, oder was? Oh, jetzt kommen viele. Ich habe keine Handgranaten mehr. Ich habe keine Handgranaten mehr. Mann, Mann, Mann. Zum Glück ist der Hubschrauber-Pilot da dumm. Die dürfen hier nicht reinkommen. Komm, mach die fertig. Komm, mach die fertig. Okay. Ich habe keine chance, Franz. Move, move, move. Enemy on the ground. Gut. So, das muss jetzt klappen. Ja. Machen wir mal da nachladen. Scheiße, da war die Stange dazwischen. Jetzt ist er weg. Noch einer. Und der letzte. Ist da noch einer oben drauf? Nein. Nein. Sorry, war. Oh, er hat sich eh schon rasiert. Und du bist jetzt auffällig. Scheiße. Und weg. Ja, ja, ja. Zack. Scheiße. Da hockt wieder einer oben drauf. Vielleicht erwische ich den. Oder ein anderer erwischt ihn für mich. Ihr seid doch so dämlich, oder? Mein Gott, ey. Wie kann er so blöde sein? Ich seh nix. Scheiße. Den hab ich auch wieder. Sehr gut. So, jetzt geht mir langsam die Munition aus für die Sand. Aber es macht Spaß, ne? Es bockt schon ziemlich. Okay. Weil als Scharfschütze bin ich tatsächlich in meinem Element so ein bisschen. Das hätte ich jetzt wohl nicht sagen dürfen. Enemy tank in our area. Over. So. Und nun? Da oben. Bin nicht weit weg. Ich sehe den Helikopter. Identified. Hits me up. Okay. Enemy corresponden. Determine. At this location. So, jetzt stirbt endlich. Weg ist er. Ist da auch noch einer oben drauf? Ne. Aber da. Toll. Genau hinterm Baum. Der ist weg. Schöner Kopfschuss. Da auch wieder Kopfschuss. Und der da auch Kopfschuss. Hits me up. Dig it. Determine. So, du bist auch fertig. Und noch einmal. Wenn du mal stehen bleiben würdest. Fuck. Jetzt bleib doch mal aus der Schusslinie heraus, Junge. So, ich habe noch einen Schuss in dieser Waffe. Und dann glaube ich noch ein Magazin für das große Scharfschützengewehr. Ich muss jetzt schauen, dass ich da nichts mehr versau. Scheiße. Ja, ich habe noch fünf Schuss jetzt insgesamt. Das darf ja wohl nie wahr sein. So. Und den da noch. Und einen Schuss habe ich jetzt noch. Der ist weg. Und jetzt kann ich nur noch mit der Pistole schießen. Okay. Auch da habe ich noch einen erwischt. Sehr, sehr schön. So, jetzt überprüfe ich mal. Da ist es. Ja, mach ruhig weiter. Dann gibt es Munition, Junge. Oh, das kann schief gehen. Oh, Rieb! Ja, das hätte jetzt A nicht unbedingt sein müssen. So, und nun? Wo kam das her? Wo kam das her? Aus dem Fahrzeug? Ja, mei. Okay, dann machen wir mit dem Sturmsoldat weiter. Ah, G3 Sturmgewehr, ich liebe es. Halt's Maul da! Scheiße, jetzt ist der da eingestiegen, jetzt kriege ich dem seine Waffe dann nicht mehr. Ja. Ja. So, was machst du jetzt? Komm, was machst du? Komm, lad schnell danach. Alter. Was geht denn? Meine Fresse, Alter. Was die mal mit diesen Autos da haben, ne? Warum, was, wie, das hat nicht getroffen? Wie kann das sein? Ja, okay. Hat sich doch eh wieder gelohnt. Dann haben wir es schon wieder durch. 67, ja. Ja, es sind kurze Runden, weil die Karten sind nicht groß. Deswegen gibt es nicht so viele Tickets. Und das war es dann halt eben. Aber gut, hat wieder Bock gemacht. Dann sehen wir uns einfach wieder beim nächsten Mal. Ciao, ciao.